Hallo liebe Zuschauer zum Trading-Tipp des Tages. Gestern Abend ist die Entscheidung gefallen, wer in den TechDAX, wer in den MDAX beziehungsweise in den SDAX aufsteigt oder andersherum absteigen muss und der neue TechDAX-Aufsteiger ist Siemens Healthineers. Die Siemens-Tochter ist erst ein paar Wochen an der Börse. Wir sehen hier den Kursverlauf, aber doch recht erfolgreich unterwegs. Wir sehen hier die Aktie zunächst um den Ausgabepreis gestattet und mittlerweile im Begriff ein neues Rekordhoch zu markieren, ist natürlich nicht so schwer, wenn man erst so kurz an der Börse ist. Wir sehen hier die Marke um 36 Euro, die es zu überwinden gilt und dann ist der Weg nach oben frei. Ich habe mich mit Kollege Vögel unterhalten, der sagt 40 Euro auf Sicht der nächsten Wochen sind da auf jeden Fall möglich. Das sind vom aktuellen Niveau aus 5 Euro, also um die 14, 15 Prozent, die man mit der Aktie da machen kann. Um das Ganze zu hebeln, hier ein Vorschlag unsererseits. Siemens Healthineers Faktor-Zertifikat passt nicht mal in die Zeile rein, aber macht nichts. Unseres Produktpartners Morgan Stanley, aktueller Kurs 12,77. Einen Faktor vor drei haben wir ausgewählt, um wie gesagt die Aufwärtsbewegung nochmal zu beschleunigen. 45 Prozent, 50 Prozent traue ich dem Schein auf jeden Fall zu. Den Stoppkurs, den würde ich etwa 15 Prozent unter dem aktuellen Niveau liegen. Das sind also um die 11 Euro. Das war es schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, viel Erfolg beim Traden und bis morgen.